Wir befinden uns heute auf dem Segelfluggelände in Landau-Ebenberg. Neben mir habe ich den Herbert, der uns jetzt einiges erzählen wird über das Segelfliegen an sich. Segelfliegen ist eine Art zu fliegen. Die meisten Menschen kennen das im Airliner. Man sitzt da drin, hat ein kleines Bullauge rechts oder links und guckt da raus und sieht ein bisschen Landschaft. Segelfliegen ist eigentlich wie im Gartenstuhl liegen. Schön, bequem und hoch in der Luft sein. Ein, eine Verglasung um sich herum, dass man Panorama sieht rundherum. Und ich selbst, ich genieße einfach immer nur mir die Landschaft angucken. Immer, immer wieder von oben. Felserwald, die Rheinebene, den Odenwald, Schwarzwald. Manchmal sieht man den Taunus von hier. Ab und zu sieht man auch mal das Strasburger Münster. Also man hat eine riesen Landschaft vor sich wie eine Landkarte. Nur, dass nicht dabei steht, welche Stadt es gerade ist oder welcher Fluss oder welcher Berg da ist. Das ist halt Segelfliegen für mich. Fliegen, rausgucken, die Welt anschauen, wie der liebe Gott von oben. Wie lange machen Sie das schon? Sie haben gesagt, Sie sind Segelfluglehrer und haben früher aber mit Modellflugzeugen erst angefangen. Ich habe vor ca. 35, fast 40 Jahren angefangen mit dem Modellflug. Habe das knapp 20 Jahre lang relativ intensiv gemacht und bin dann zum Segelfliegen gekommen. Einfach, weil ich mal selber drin sitzen wollte in so einem Apparat und einfach mal auch die Welt von oben anschauen wollte. Und das habe ich vor 20 Jahren angefangen, damals als Flugschüler, so wie unsere Flugschüler jetzt hier auch. Und habe dann vor etwa 12 Jahren die Fluglehrerprüfung abgelegt und bin seitdem als Fluglehrer immer mal wieder tätig. Und zwar alles ehrenamtlich. Das heißt, ich kriege da kein großes Gehalt dafür oder so, sondern ich darf kostenlos mitfliegen mit meinen Flugschülern. Okay, kostenlos. Aber haben Sie dann auch ein eigenes Segelflugzeug oder wie wird das finanziert? Wem gehören diese Segelflugzeuge hier? Die Segelflugzeuge hier gehören jetzt mal abgesehen von den ganzen Meisterschaftsflugzeugen, die hier sind. Wir haben zwar zwei oder drei oder vier private Flugzeuge auch hier am Platz. Aber ich selbst fliege nur auf Vereinsflugzeugen oder Flugzeugen, die ich mir mieten oder leihen kann. Wenn ich mal allein sein will, dann nehme ich mir gerne so ein einsitziges Flugzeug. Zum Beispiel auch das hier, obwohl es ein ganz urtümliches altes Gerät ist. Manchmal habe ich einen Gast, der mitfliegen will, ja dann brauche ich ein doppelsitziges, sowas wie das hier. Oder ich habe noch mehr Gäste und will wohin fliegen, dann nehme ich mir halt sowas wie das Motorflugzeug da hinten und setze mich da rein und fliege da mit. Wie viele Leute passen da rein in dieses große Motorflugzeug? Da passt ein Pilot und drei Mitflieger rein. Und dieses Gerät hier, ist das aus den 50er Jahren oder was ist das genau für ein Gerät? Konstruktion von, wie hieß der denn wieder, Kaiser mit Familienname, ich glaube Alexander. Der Kaiser war ein Konstrukteur, der hatte Segelfliegen noch in der Weimarer Zeit und im Dritten Reich gelernt. Und hatte sich aber schon früh mit Konstruktionen beschäftigt. Hat vieles selber gebaut, was er geflogen hat und ist dann irgendwann als Konstrukteur bei Alexander Schleicher, Segelflugzeugwerke, hat er gearbeitet. Und er ist wahrscheinlich der Konstrukteur, der die meisten Segelflugzeuge in seinem Leben entwickelt hat. Er ist vor etwa 10 Jahren verstorben, mit knapp 90 Jahren. Und hatte noch weit über das Pensionsalter hinaus Segelflugzeuge entwickelt. Ich glaube, das hier war sein Zweit- oder Drittletztes. Er hat also angefangen mit Holzkonstruktionen noch vor dem Weltkrieg. Und hat noch die ersten Kunststoffflugzeuge mitentwickelt. Also da war er schon im Pensionsalter. Da war er also schon über 65. Und was bei diesem Flugzeug jetzt so genial ist, ist, es ist super einfach zu fliegen. Es hat zwei Sitze, das heißt hinten kann auch ein Fluglehrer mitfliegen. Und es ist einfach gutmütig, super einfach und hat trotzdem gute Flugleistungen. Gutmütig, das hat sich an mir entfährt. Ja, das ist auch so. Also auch ein Segelflugzeug, es gibt hervorragende Segelflugzeuge, die wahnsinnig gute Flugleistungen haben. Aber einfach bockig sind und kritisch. Und womit man, wenn man wirklich mal eine Dummheit macht, auch einfach vom Himmel fallen könnte. Und ein Flugschüler könnte so ein Gerät wie hier einfach ohne weiteres fliegen? Ja, ja klar. Also unsere Flugschüler schulen normalerweise auf so einem Gerät etwa 50 Starts. Manchmal sind es auch 70, manchmal sind es auch schon auf 30. Das hängt von der Fitness, wie schnell der das lernt, ab. Dann darf er alleine fliegen und macht dann normalerweise etwa 10 Starts auf dem Gerät nochmal. Und dann ist das nächste, ist dieses hier, das ist die K8. Eine K8 ist das, eine Typenbezeichnung. Und ganz anderes Gerät eigentlich, kann man nicht mehr doppelsitzig mitfliegen. Das heißt, dann muss er wirklich ganz alleine. Erster Start, noch nie in so einem Ding gesessen, noch nie mit Fluglehrer schlungen. Und wirklich das erste Gerät, was er ganz alleine, ohne vorher mit dem Fluglehrer geflogen zu sein, dann zum ersten Mal startet und fliegt. Und kriegt er dann Unterstützung von Ihnen, von der Erde, also per Funk? Oder wie läuft das dann ab, wie kann man ihm dann helfen, wenn er in eine Situation kommt, wo er vielleicht total Angst kriegt oder es nicht im Griff hat? Wie läuft das ab? Oder ist dann immer einer in der Nähe? Oder weil helfen kann man ja nicht wirklich dann... Nee, eigentlich kann man nicht richtig helfen, weil die Leute, der muss wirklich selbst fliegen. Und das ist auch ein Grundsatz in der Fliegerei. Auch in der Ausbildung muss er schon lernen, ganz alleine die Verantwortung zu tragen. Nicht, Fahrlehrer sitzt daneben und bremst notfalls und sie da rechts vor links oder übersehen oder sonst was. Er ganz alleine muss die Verantwortung tragen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz anders als in der Fahrschule. Also ich habe mich gerade angeschnallt, bin jetzt fest mit dem Flugzeug verbunden. Das heißt, auch wenn es mal einen richtigen Schlag tut, kann ich nicht mit dem Kopf gegen die Haube gehen. Hoffentlich funktioniert. Und ja, gut, ich sitze hier hinten drin, habe hier auch alle Steuerelemente, um das Flugzeug zu steuern. Notfalls, wenn er vorne ein kleines Problem hätte, kann ich ihm also hier hinten aushelfen. Ich kann ihm natürlich auch mit ihm reden, weil es ist relativ leise in einem Segelflugzeug. Der Wind rauscht ein bisschen, aber sonst ist es leise. Ich kann ihn ganz normal unterhalten und ich kann ihm dann auch Tipps geben, was uns bevorsteht und wie er darauf reagieren soll. Und ja, es macht ein bisschen Spaß, hier hinten drin zu sitzen. Und wenn die mal ein bisschen fliegen können, dann kann man schon in die Landschaft rausgucken und sagen, ja, flieg mal. Und Ihr Name ist? Wietzel Karl. Und ist der Herbert ein guter Fluglehrer? Kann man sich auf ihn verlassen? Das ist einer unserer Besten. Wir haben keine schlechten Fluglehrer, das gibt es bei uns gar nicht im Verein. Und die erste Flugstunde, war das schlimm? War das schon, oh je? Oder war das einfach wie, ach, ich fliege jetzt einfach mal und schaue, was passiert? Die erste Flugstunde, ja, es war doch schon ein bisschen so in der Magengrube, so. Fleisch, ein bisschen kalter Schweißen so, aber es war okay. Der erste Start war auch ein Windenstart, das ist ganz was anderes wie ein Schleppstart. Das geht dann ein bisschen rasanter, so eine Sache. Aber es macht Spaß. Und was passiert, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche unvorsehbaren Wetterumschwankungen kommen oder irgendwas, wo man keinen Anfluss drauf hat? Ja gut, also normalerweise sieht man das, deshalb muss immer, wenn ein Flugschüler fliegt, auch wenn er alleine fliegt, immer ein Fluglehrer am Platze sein. Der also die Sache überwacht, den Start überwacht und die Landung überwacht und auch den Flug selbst überwacht. Und der Fluglehrer hat dann immer hoffentlich die Vorausschau und die Kenntnis des Wetters, dass er das rechtzeitig sieht und dann den vorher, bevor es schwierig wird, runterrufen. Sagt hier, hallo, Delta 2324, wer ist das Flugzeug? Lande Aufforderung in den nächsten 10 Minuten. Und dann weiß der, aha, Bremsklappen raus. Bremsklappen sind diese Klappen, die man hier an den Flügeln rausgucken sieht, oben und unten. Die machen dann viel Luftwiderstand und dann sinkt das Flugzeug so ziemlich schnell runter und dann fliegt er hier zur Landung an und landet halt hoffentlich, bevor das große Gewitter losgeht oder das große Problem kommt. Und dann ist das auch geklärt. Und gab es schon so einen Quacksbruchpilot oder irgendwas hier auf dem Gelände schon mal irgendwie sowas passiert, wo es so sehr heikel war? Also ich habe schon ein paar Brüche gesehen, aber ich muss dazu sagen, die meisten passieren nicht den Flugschülern und nicht in der Ausbildung, weil wir da sehr stark Daumen drauf haben und sehen, was los ist. Probleme gibt es oft bei eigentlich erfahrenen Piloten, die beobachtet man natürlich auch nicht mehr so pingelig und fliegen auf eigene Verantwortung. Wie einer auch, wenn ein Auto steigt, guckt man ja auch nicht so streng hin, ob der da alles richtig macht. Und dann plötzlich sind sie aber in einer Situation, wie dass sie vorher nicht gerechnet haben oder kennen das Flugzeug nicht gut genug. Musst du zum Glück noch keine Verletzten irgendwie vom Platz schaffen lassen und so. Das ist aber einfach auch Glück. Also das kann ich nicht mir zuschreiben, sondern es ist ein Glück. Und trägt man dann auch Fallschirme? Oder wie ist es? Also wir tragen eigentlich immer, in Segelflugzeugen immer Fallschirme. Das hängt einfach damit zusammen, dass man ganz clever die Sitze in den Flugzeugen so ausgelegt hat, dass da hinten im Rücken so eine kleine Wanne zusätzlich in der Sitzlehne eingebaut ist, wo genau der Fallschirm reinpasst, den man so als Rucksack auf dem Rücken trägt. Und wenn man jetzt ohne Fallschirm fliegt, müsste man dann Kissen reinstecken. Und das wird nicht richtig festhalten und so und wäre nichts Gescheites. Und deshalb zieht man dann einfach den Fallschirm an, dann hat man gleich sein Kissen dabei und alles ist okay. Und damit hat man einfach automatisch immer den Rettungsfallschirm dabei. Haben Sie schon mal den Fallschirm benutzen müssen? Nein. Also es gibt einen Grundsatz und zwar aus einem Flugzeug, was noch funktioniert, werde ich nicht springen. Wenn ich jetzt im Pfälzer Wald dahinter in einem Tal wäre, wo ich sage, oh scheiße, da ist kein Flugplatz in der Nähe, ich muss da jetzt in den Wald rein. Ich komme nicht mehr da weg, ich sink da runter und muss da in den Wald rein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann sagen würde, in 300 Meter Höhe, sage, okay, da unten ist irgend so eine Lichtung oder irgend so was. Da werfe ich jetzt die Haube ab und springe einfach aus der Kiste raus, ziehe ins Schirm und sage, lieber mit dem Schirm da unten rein als mit dem Flugzeug.